servus glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren ich kommentiere eure kommentare video leute was ist los seid ihr krank jetzt muss ich schon so zum kurzen statement so zum julian nagelsmann in die kommentare reingehen wild ich habe keine kommentare gelesen sind knapp 200 ich denke da sind ein paar wilde bei ich weiß ich bin verrückt ich will mich gerne selber aber genau deswegen gehen wir da jetzt rein in den bums ja schauen wir mal ich bin sehr gespannt was hier alles kommt aber im stream waren ja schon wilde takes dabei von daher denke ich auch hier werden ein paar wilde takes dabei sein obwohl kommen wir lassen auf top kommentare ist doch alles gut kursi 60 ich fand die raus und nagelsmann damals schon als großen fehler die beiden die das verbockt hatten sind kurz danach auch geschasst worden in seiner zeit war nagelsmann ja fast der pressesprecher vom fcb und nicht nur trainer er musste zu allem stellung nehmen was im verein so passierte auf pk es wurde weniger über die spiele als sonst was gefragt und gesprochen brazo hat aber zeitweise zumindest einen nicht so schlechten job gemacht aber man darf aber man darf aber auch nicht vergessen dass der brazo die blindniete saa verpflichtet hat und was ich bis heute nicht verstehe und was für eine leistung der fcb für das viele viele geld dafür von saa bekommen hat übrigens da ich mittlerweile alle deine videos schaue habe ich dann auch mal deinen kanal abonniert bin seit über 50 jahren bin aber auch schon ein alter sack bayern fan und habe noch so leute wie beckenbauer müller kaltsche katsche bulle roth und so weiter spielen gesehen das ist doch schön neben groß wolfgang aus der landeshauptstadt des kleinsten flächen bundeslandes deutschlands ja ist ja auch mein teil gewesen ja deswegen wäre wäre es ja super interessant den nagelsmann jetzt mal zu sehen wenn er den starken part neben sich hat aller e-ball ja ich denke nicht dass sich dann wieder nagelsmann da hinsetzen muss und und kunst was in dem verein passiert kommentieren muss das war mit sicherheit ein riesen problem wo den nagelsmann da war und dass es überhaupt dann so gut noch gelaufen ist wie es gelaufen ist das darf man muss man dann im nachhinein betrachtet auch mal sehen zu brazo habe ich persönlich alles gesagt brazo jetzt nur an saafes zu machen dann bringe ich dir das gegen beispiel alfonso davis was 13 millionen eingekauft oder was da hast du das geld was du bei saaf verbrannt hast hast du bei von sie auf jeden fall eingespart von daher großen und ganzen was die transfers angeht hat brazo aus meiner sicht guten job gemacht ja natürlich die ein oder andere niete dabei aber das ist bei jeder mannschaft dabei es gibt kein sportdirektor was auch immer sportvorstand wo eine hundertprozentige trefferquote dabei ist bei bei neu verpflichtung das gibt es nicht so ja es war nicht jetzt ist heute nicht super überragend was ein brazo gemacht hat es war aber auch nicht super schlecht es war okay alles daneben was ein sportdirektor meiner meinung nach tun muss note sechs für brazo da brauchen wir nicht drüber reden ja wie du es selber schreibst nagelsmann stand teilweise wirklich er musste ja die jahres hauptversammlung kommentieren in der pressekonferenz also gb sorry man hat sich als vereinstimmung komplett lechartig gemacht das wäre nur noch die kirche kirche auf der sahnehaube ja sehe ich komplett anders aber ja verstehe ich wenn man das so sehen mag elias wäre ich nagelsmann will ich auf bayern scheißen sorry kannst du ja auch gerne tun ich denke ich habe ich auch im stream schon gesagt wenn dieselben person noch in der verantwortung wären würde ich da 100 prozent zustimmen und dann würde es glaube ich auch gar keine überlegung geben beim nagelsmann ja aber man hat oder man weiß dass nagelsmann jugendclub wofür er geschwärmt hat halt der fc bayern war der fc bayern ist und ja die handelnden personen die ihm da im regen haben stehen lassen und alleine stehen lassen sind weg wenn wir mal den aufsichtsrat da ausklammern der natürlich zugestimmt hat die entlassung aber die handelnden personen im operativen geschäft mit brazo und oli die sind halt weg so und wir werden es ja sehen ob es nagelsmann wird oder nicht wie gesagt ich wäre wäre sehr gespannt wie nagelsmann wenn er der rückendeckung bekommt performt und noch mal der große vorteil du kannst nagelsmann selbst wenn er super unterperformt nicht wieder nach einem jahr oder zwei rauswerfen dann ist katastrophenalarm angesagt also von daher wäre das auch noch mal ein punkt den ich fühlen werde ansonsten kann ich natürlich verstehen wenn man das so sieht oder wie gb sieht das ist ja alles gut ich sehe das ein bisschen differenzierter wie gesagt nagelsmanns leistung war auch okay bei uns die unter den schwierigen umständen die er hatte ich denke er hat dazugelernt auch aus seinen fehlern mit der gelernt haben hat man auch jetzt bei der nationalmannschaft gesehen und wir werden sehen was passieren wird tommy fände ich sehr riskant für beide seiten ne finde ich eigentlich nicht wenn wäre es für den fc bayern riskant ja für die für den nagelsmann wo wäre es für den nagelsmann riskant sehe ich nicht so nagelsmann könnte dann wieder sagen ja der verein wieder es hat nicht gepasst habe mich alleine da gelassen wie auch immer vom vereinsseite wäre super riskant weil noch mal du kannst da nicht sagen ich schmeiße den nagelsmann nach anderthalb zwei jahren wieder raus das geht nicht das kannst du nicht machen egal wie unterirdisch die leistung ist das wäre der katastrophe ehrenmann damit nagelsmann binnen zwölf monate wieder die kabine verlieren kann und die ziele als gefährdet gelten ja na klar weil der nagelsmann die kabine verloren hatte natürlich benji eine rückholaktion wie diese wäre die bankrott erklärung für den verein der beste trainer für den fcb ist der dem man eine station vorher rausgeschmissen hat geht's noch auch an nagelsmann stelle würde ich mir das sehr gut überlegen sein image ist gerade erst wieder besser geworden ja haben wir ja alles zugesagt wie auch immer unabhängig davon was man von nagelsmann hält es gibt kein größeres armutszeugnis als instruktoren unabhängig davon sollten wir nicht vergessen dass er auch oft spiele aufgestellt hat die keine leistung gebracht haben etc warum sollte das jetzt anders sein ja stimme ich dir zu habe ich ja auch schon gesagt dass es auch unter nagelsmann in großen teilen nicht ums leistungsprinzip ging wie ich schon sagte meiner meinung nach lag das an der fehlenden rückendeckung sollte er kommen wir werden sehen ob sie da so ist oder nicht aber ich denke mal in der nationalmannschaft hat der klage zeigt dass wenn es nach ihm geht nach leistung geht und nicht nach schönheit alter gucci wert was auch immer tommi nochmal herrlich gerade einen bericht von mario gommes gelesen das gilt sicher auch in sachen aufsichtsrat und trainersuche plötzlich entscheidet alles der pate vom tegernsee ja wie überraschend was meint ihr denn warum nagelsmann überhaupt im gespräch ist jeder der was anderes denkt der wirklich fc bayern seit jahren begleitet ich bitte euch der helbert heiner ist die absolute marionette vom 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 uli und der chrissi genauso da gibt es gar nichts darüber darüber zu zu deuteln und dann hat uli hoeneß in einer tiefen entspanntheit und ruhe gesagt mario in diesem klub entscheidet nicht der trainer ob ein spieler geht oder kommt ja das war aber auch schon immer so bei uns ein trainer darf seine wünsche äußern und entweder wird dem zugestimmt oder halt nicht das ist ja wie gesagt wie ich schreibt das ist absolut keine neuigkeit das mit den spielern dass das der verein entscheidet da stehe ich persönlich auch voll hinter ja man kann trainern ein zwei spieler zugestehen aber mehr auch nicht ja ansonsten muss der verein die 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 dinge vorgeben und dafür den passenden trainer suchen ja anders geht das nicht wenn du nicht von irgendwelchen staaten finanziert wirst dann kannst du das gerne machen wie schelzi 15 spieler rauswerfen 15 neue holen dann den den tuchel entlassen den nächsten trainer holen und wieder 15 spieler rausschmeißen wieder 15 neue verpflichten dann kannst du so agieren als fc bayern kannst du so nicht agieren wir reden nicht davon dass wir bundesliga mittelmaß sind wo du das vielleicht so machen kannst indem du dann günstige spieler holst schwierig aber selbst da ist es wahrscheinlich nicht möglich von dem finanziellen rahmen her also dim star gaming für mich ist der größte nachteil dass wenn wir mal paar spiele nicht gewinnen direkt die medien heiß laufen die unruhe die durch die medien auch reingetragen wird seit jahren wäre dadurch extrem aber so natürlich ein versuch wäre bei einem absoluten neuanfang ähm ja da müsste man halt einfach auch mal klare kante zeigen nicht dieses bockige verhalten wie diese saison so mäh mäh den ton jetzt noch mal irgendwie der experte was sagen ne dann kommt der hier nicht mehr ins stadion blablabla ne und da muss ich so ein e-ball als starker mann da hinstellen wovon ich auch ausgehe dass er das tun wird und sagen so jetzt gut ähm feierabend ansonsten gibt es keine pk's mehr oder die fragen werden auf der pk einfach ignoriert und weiter wird weitergegangen wo ist das problem ja da sind wir einfach viel zu ich weiß natürlich nicht wie weit man verpflichtet ist dazu ja pk's ist man ja verpflichtet durch die dfl aber man wird ja mit sicherheit nicht verpflichtet sein jede dumme frage zu beantworten so und da muss ich da ein sportdirektor mit hinsetzen oder der pressesprecher muss man ein bisschen mehr kante zeigen gut da sagt man im vorfeld ähm zu dem thema beantworten wir keine fragen und punkt ja und die andere sache ist doch inwieweit lässt man sich dadurch beeinflussen so das ist ja immer so die andere sache ja und selbst wenn es die medien nicht machen die social media ist ja nochmal ein ganz eigener kosmos ja wo sofort ähm in die richtung geschossen wird memes erstellt werden bla silz also wenn du 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 zurückholst wirst du damit leben müssen ja so gar keine frage aber das musst du als fc bayern aber auch mit jedem anderen trainer klar nicht in diesem umfang dann ja da gehe ich mit ähm ja jibi uli war auch dafür verantwortlich der ist glaube ich stärker da denn je ja uli ist aufsichtsrat vorsitzender wenn mich nicht alles täuscht und das ist nun mal der stärkste der stärkste man punkt er hat mehr macht als wir damals wo wo er sportdirektor war auf dem papier so da war immer noch ein uli da ja der 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 cio war der den uli auch mal in die schranken gewiesen hat und mal gesagt hat hier bis hier und nicht weiter ähm ich sehe das komplett anders blasös streitgespräche auf auf augenhöhe und so weiter das war ja das das gute dass eben karl heinz noch da war ja ähm das hast du jetzt nicht so nochmal herbert heiner ist für mich eine absolute marionette von hoeneß der ist auch nur präsident weil der hoeneß da durchgesetzt hat sonst wo kommt der her also von adidas aus unserem aufsichtsrat und ist auf einmal präsident dieses vereins das ist eine farce ähm chrissy war schon weg aus dem verein ja war schon von dann und ähm ja dann wurde mal eben schnell uli rausgeschmissen und chrissy da hingesetzt ähm was jetzt nicht heißt dass ich ihn als fehlbesetzung finde gar nicht eigentlich ähm aber natürlich hat uli mehr einfluss denn je was meint ihr denn warum tuchel äh so frühzeitig dann verkündet wurde dass er weg ist ist auch uli ist missgewachsen uli konnte noch nie mit im tuchel noch nie ja was meint ihr denn warum äh geht doch jetzt mal zurück warum hat denn der uli vor vor ein paar monaten schon diese diese nagelsmannschmeichelei gesagt in dem interview fragt euch mal warum das ist alles nicht mal so spontan entstanden wie es so ausschaut also könnt ihr euch sicher sein äh weiß nicht ob sich beide seiten damit zumindest zum jetzigen zeitpunkt einen Gefallen tun nagelsmann sollte sich erstmal voll und ganz auf die EM konzentrieren und bayern braucht einen trainer der sich ausschließlich auf nächste Saison konzentrieren kann ja den take fühle ich nicht wirklich ähm ich wüsste nicht wo jetzt das problem ist was soll sich jetzt ein trainer äh konzentrieren wir reden ja nicht über england wo ein trainer gleichzeitig manager ist und sonst was macht äh wenn wenn Julian Nagelsmann unser trainer wird dann ein bisschen Gespräche mit ihm und Eber geben und Freund so über jeden einzelnen Spieler wird eingeschätzt kann ich den gebrochen kann ich den nicht gebrochen wie sieht die das wie sieht er das welche Vorstellung hat er zu neuen Spielern welche Vorstellung haben sie zu neuen Spielern und dann wird das umgesetzt so das ist alles was jetzt in der Vorbereitung dann Phase ist ja so kann er sich voll und ganz auf die EM konzentrieren und nach der EM kann er sich dann voll auf dem FC Bayern konzentrieren also das das sehe ich nicht so Max Alba lieber erstmal einen neueren Trainer Triumph Nagelsmann mit Heavy Kane im Kader wäre tatsächlich interessant gewesen ja mit der Art Fußball die wir gespielt haben wäre es auf jeden Fall interessant gewesen denke ich auch natürlich haben wir da auch unsere super defensiven Schwächen gehabt und so weiter das dürfen wir nicht verschweigen es gab genug zu kritisieren am Nagelsmann aber nochmal wenn hat er aus den anderthalb Jahren gelernt auch jetzt durch die Nationalmannschaft wird er nochmal ein bisschen was gelernt haben und ich denke der FC Bayern weiß auch zu 100% auf was er sich dann einlässt beim Nagelsmann wenn er schon anderthalb Jahre da war Alan Taylor an Nagelsmannstelle würde ich noch nicht zum FCB zurückkehren FCB steht vor einem größeren Umbruch im Team und im Funktionsteam er sollte für einige Jahre nach England gehen um mehr Erfahrung als Trainer Manager im englischen Modell zu sammeln auch das sehe ich dann das Argument sehe ich eher umgekehrt ja Nagelsmann hatte doch eben genau das Problem dass das Funktionsteam eingefahren war dass die Mannschaft eingefahren war dass er nicht die Sachen ändern konnte die er gerne ändern wollte weil er kein Standing hatte weil die Spieler zu viel Macht hatten all das ist doch jetzt nicht mehr so gegeben und wir werden einen Umbruch machen inwieweit wie groß oder klein in der Auswahl werden wir sehen aber wenn dann macht es doch jetzt Sinn egal ob es ein Nagelsmann ist oder irgendein anderer Trainer zum FC Bayern zu kommen weil du jetzt halt eine Mitsprache hast deine Wünsche äußern kannst was du wenn jetzt keine Ahnung jetzt kommt ein anderer Trainer der ist drei Jahre da dann wird der wird eine Mannschaft aufbauen dann ist ein Mann eine Mannschaft da und bei FC Bayern ist ein Verein wo es nicht darum geht welche Spieler der Trainer unbedingt haben will und so weiter und dann hast du wieder den Kern der Mannschaft da den du gar nicht mitbestimmt hast also ich glaube es gibt aktuell keinen besseren Zeitpunkt beim FC Bayern einzusteigen als jetzt gerade als Trainer wenn es darum geht den Kader mitgestalten zu wollen aber auch nur meine Meinung Melmonik Nagelsmann wieder zu verpflichten halte ich für keine gute Idee ich kann auch den Hype um ihn nicht nachvollziehen seine Zeit bei uns war auch nicht gerade erfolgreich man denke nur an die Klatschen gegen Bochum Gladbach wieder Real und so weiter die Mannschaft trat damals schon nicht als Einheit auf warum soll es jetzt besser laufen weil er sich als Trainer und Persönlichkeit weiterentwickelt hat er nicht er ist zwar jung steht aber nicht für Umbruch bei Bayern Kimmich und Goretzka wären wohl wieder gesetzt nicht sorry den fühle ich bei uns gar nicht weil den fühle ich nicht bei uns warum sollst du denn Goretzka gesetzt sein wenn er ihn noch nicht mehr zur Nationalmannschaft einlädt was ist das denn jetzt für ein Take den Kimmich Take den kann ich dir ja abnehmen aber was ist das mit dem Goretzka jetzt für ein Take wenn er doch so ein Goretzka vernaht wäre dann bietet er ihn noch zur Nationalmannschaft einlädt oder nicht also weiß ich nicht ich will den Nagelsmann auch gar nicht jetzt hier verteidigen und sagen das ist die 1a Lösung oder sonst was aber viele Argumente sind schon sehr wild Leute Mb Schiller welche Spiele unter Nagelsmann waren denn so toll das Aus gegen Villareal da gehe ich nicht drauf ein Alex Kuhn wenn der Nagel kommt müssen 5-6 Spieler gehen um neu anzufangen ja vollkommen richtig also es wird natürlich nicht reichen wenn man sagt wir holen jetzt den Nagelsmann und wir werden Champions League Sieger deswegen ist alles gut und wir tauschen nur 2 Spiele aus das macht keinen Sinn das ist kein Neuanfang für ihn das ist kein Neuanfang für die Mannschaft da werden wir natürlich dann wäre es ein großer Fehler den Nagelsmann zu holen da gehe ich 100% mit also wenn du Nagelsmann verpflichtest musst du richtig absägen in diesem Kader ja meine Meinung nach Eduard Mock ich weiß nicht ob er die ganzen Baustellen aufräumen wird es ist viel Arbeit und wenn er 2 oder 3 mal verliert dann geht doch die ganze Kacke von vorne los ähm ja aber das wird ja bei jedem anderen Trainer genauso sein wenn der FC Bayern 2-3 mal verliert dann brennt der Baum da müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten also das will ich jetzt nicht an der Trainerpersonale festmachen X ich sehe diese mögliche Verpflichtung relativ kritisch und genauso sehe ich hier Tendenzen sich diese Verpflichtung schönzureden Nagelsmann steht nicht für Umbruch es bedeutet ein weiter so am meisten dürften sich Kimmich und Goretzka über die Stammplatz und Spielpositionsgarantie freuen auch hier wo nimmst du denn den Goretzka-Take her klär mich auf Alter ich verstehe es nicht wo kommt dieser Goretzka-Take her ihr wisst schon dass der Nagelsmann gerade Nationaltrainer ist und in der und gesagt hat dass er nicht eingeladen ist oder oder habe ich irgendwas verpasst dass er lieber auf den Toni Kroos setzt und auch nicht auf den Kimmich in der Mitte sondern auf den Ika Gündungern und auf den Kimmich als Rechtsverteidiger also ich weiß nicht wo diese Takes gerade herkommen sorry gehe ich nicht mit so ich sage euch Nagelsmann wäre für Bayern eine Katastrophe Bayern braucht jetzt eine Führungspersönlichkeit und keinen unerfahrenen Jungtrainer ok ist ein Argument was ich gelten lassen würde wenn dieser Kader so zusammenbleibt wie er ist ja würde ich dir 100% zustimmen jo wenn ich Nagelsmann wäre never ever zurück zu dem Verein welcher mich entlassen hat absolutes No-Go meine persönliche Meinung die nicht identisch mit anderen Meinungen sein muss wenn ich FC Bayern München Entscheider wäre never ever den Trainer einstellen den ich entlassen hätte No-Go meine persönliche Meinung ach du schreibst ja nochmal dasselbe oder was das Vertrauen zwischen Trainerverein und Mannschaft wurde zerstört ja wer sagt das denn ich verstehe was du sagst den Take aber nimm als Beispiel nur Juppeinkes Welt ne Kneippenpolitiker Nagelsmann soll mal schön beim DFB bleiben der FC Hollywood ist noch lange nicht zur Ruhe gekommen sorry so rechte Bayern-Fanfire hoffe er kommt zurück zu uns Magic alle die was alle die was jetzt schreien ja holt ihn zurück haben letzte Saison als erstes geschrien wirft den Nagelsmann raus ich finde es überhaupt nicht gut wenn er zurückkommen würde jo Patrick das ist ja mal lustig United Fan erneut hier bei uns läuft es auch so nach naja wenn der Tenag entlassen werden muss dann sollte man mal wenigstens den Nagelsmann holen und jetzt höre ich dass du Ten Hag als Alternative erwähnt hast lol ich glaube beide Trainer sind super Optionen vor allem wenn man viele junge Talente bei sich hat naja ich hab den Ten Hag einfach nur mal in den Raum geworfen weil wir ja über so ein Trainerpool mittlerweile gesprochen aber nicht einmal über den Ten Hag hab ich halt nicht verstanden diesen Take aber gut wir werden es sehen was passiert Laisito bei den Vorteilen stimme ich zu ich sehe es aber dennoch kritisch nach dem Spiel gegen den VfL Bochum landete sein Training seinen Taktikzettel bei Bild online allgemein waren viele Internas bei der Bild drin jetzt bei der Nationalmannschaft kam auch schon wieder der Wortlaut eines geheimen Telefonats raus das sehe ich sehr problematisch allein deshalb war eine Entlassung notwendig wenn auch der Zeitpunkt die Art einer Katastrophe heute kam auch noch eine Mail Nagelsmann sei mehrfach zu Bratze gegangen er könne die Mannschaft nicht erreichen die würde seine Konzepte nicht umsetzen da kann man die Schuld aber auch bei der Mannschaft sehen da das bis auf bei Flick und Heinke ist bei allen anderen Trainern seit 2016 genauso war ja das ist doch was ich gerade gesagt habe die Spieler haben zu viel Macht gehabt nochmal ein Nagelsmann musste den Spielerrat fragen ob wir nicht mal ausprobieren so mit Dreierkette zu spielen also das ist eine Katastrophe deswegen sage ich ja wenn die Mannschaft so zusammenbleibt wie sie ist dann macht das keinen Sinn einen Nagelsmann zurückzuholen wenn du einen Nagelsmann jetzt zurückholst musst du einen harten Cut machen und musst die Spieler absägen so schlimm sich das jetzt anhört aber auf den dargebotenen Leistungen diese Saison ist das auch keine Kunst den Spielern nahezulegen dass sie sich vielleicht einen anderen Verein suchen sollen Problem natürlich Müller und Neuer ja ganz klarer Fall also entweder müssen die richtig zurückschrauben oder ansonsten war es sehr unklug die Verträge um ein Jahr zu verlängern dann kam eine Meldung wo es hieß er wollte Lewandowski erklären wie er sich zu positionieren hat um mit Tore zu schießen der hat in der Vorsaison 41 Dinger gemacht Lewandowski soll dafür auch wenig Verständnis gehabt haben ja dass er wie nicht mit dem Nagelsmann konnte ist ja jetzt auch nichts Neues wenn er sich weiterentwickelt hat gut aber mir erscheint es insgesamt zu früh im Optimalfall ist er bis zum 14.7. noch an der DFB-Seitendinie in Berlin und muss eine Woche später noch zur Siegesfeier dann ist Vorbereitungsstart im August Kaderplanung muss ja auch laufen für mich in der Situation sehr schwierig gibt wieder mehr Unruhe und die kann er schlecht managen da fehlt Erfahrung aber klar das hat der Verein sich selbst verschuldet mit der ganzen Unruhe der letzten Jahre beginnt mit dem halben Rauswurf von Pfleg durch Bratzos Beförderung über zu teure Verträge wodurch wir Goretzka Knabry Edizien niemals verkauft bekommen bis zur Art der Entlassung die Führung Karl Bratso hat komplett versagt und das muss man jetzt ausbahnen ja ich stimme den vielen zu manches sehe ich nicht ganz so dramatisch auch das mit dieser Kaderplanung habe ich gerade schon mal ausgeführt mit dieser Unruhe und wenig Erfahrung dafür ist ein Eber dann auch da der hat auf diesem Gebiet genug Erfahrung und Eber war schon immer ein Sportdirektor Sportvorstand der den Trainer immer den Rücken gestärkt hat gerade wenn er an Gladbach mal denkt also da mache ich mir gar keine Sorgen Glasdroh wenn Nagelsmann zurückkommt dann eventuell erst in drei bis vier Jahren jetzt wäre es zu früh auch Nagelsmann hat nicht immer die Besten spielen lassen und sich von den Granten reinreden lassen wenn diese Spieler den Verein verlassen würden dann wäre auch ein Neuaufbau möglich ja das ist ja das was ich jetzt schon mal jemals gesagt habe Michael ich fände es super zusammen mit Eberl und Freund wäre es genau der richtige für einen Umbruch Happy Metal Pipes ich sehe Nagelsmann nicht mehr als Trainer bei Bayern Chris es gab vor gut einem Jahr triftige Gründe für die Entlassung und diese Gründe sollen mittlerweile verschwunden sein das weiß ich nicht kannst ja mal die triftigen Gründe reinschreiben Ken Zimmermann ich war damals als Nagelsmann entlassen wurde extrem enttäuscht vom Verein da wirft man einen Trainer raus der sich extrem mit dem Verein identifiziert und das obwohl bei der Verpflichtung damals groß verkündet wurde dass mit Nagelsmann eine Ära geformt werden soll ihn jetzt wieder einzustellen nachdem Ratze und Kahn weg sind ist für mich die logische Schlussfolgerung natürlich unter der Prämisse dass Nagelsmann möchte und vor allem dass Nagelsmann die komplette Unterstützung der Führungsetage bekommt sowie so komplett Freiheit im taktischen sportlichen Sinne das bedeutet für mich auch dass Nagelsmann eng mit Freund und Eber zusammenarbeitet und spielerverpflichtet werden die zum Nagelsmann Fußball passen und das bedeutet auch dass dem Trainer die Möglichkeit gegeben werden muss über mehrere Saisons eine Mannschaft aufzubohren auch wenn mal eine oder zwei Saisonziele verfehlt werden dann ist das eben so keine unnötigen verzweifelten Rettungsversuche mehr freue mich auf Nagelsmann und ich persönlich hoffe dass der neue langjährige Trainer für den FC Bayern wird ja es ist ja noch nicht safe dass er kommt war aber auch da habe ich schon alles zugesagt ich wiederhole es gerne nochmal zum letzten Mal wenn Nagelsmann kommt muss man auf jeden Fall einen Hardcut machen in diesem Kader so behält man diesen Kader holt nur Nagelsmann wird das meiner Meinung nach auch nicht gut gehen wenn dann muss ein kompletter Neuanfang aber das wird auch mit jedem anderen Trainer nicht gut gehen wenn die Mannschaft so zusammenbleibt da müssen wir uns ja auch nichts vormachen Oldpets für mich wäre ein Trainer aus dem Ausland für mich wäre ein Trainer aus dem Ausland Nagelsmann ist zu sehr verstrickt mit allen Spielern ein Unabhängiger von außen ist dann nicht voreingenommen ja das ist auf jeden Fall ein Punkt dann sind wir wieder dabei wenn Nagelsmann kommt muss einen harten Cut geben Wolfgang Pressel habt das Gefühl dass wenn Nagelsmann kommt werden einige Spieler nicht gehen wie Sané Gnabry Goretzka und so weiter das kann ich nicht einschätzen schwer einschätzen Metalman ich sehe das komplett anders und glaube dass es ein Fehler ist ihn zurückzuholen es wird alles in Grund und Boden gespielt was wir nicht haben dort hatten wir auch schon diese auf und ab und klar dann werden wieder die Argumente gebracht wir waren in drei Wettbewerben klar nur hätten wir die drei Wettbewerbe auch gewonnen er wird fast die gleiche Mannschaft bekommen wie er schon hatte oder glaubt wirklich jemand an den großen Umbruch wie soll der denn von statten gehen ja ich glaube an den großen Umbruch unabhängig ob Nagelsmann Trainer wird oder wer anders wer wie die Spieler der mit den Gehältern haben die kaum Leistung bringen es werden zwei bis drei dazukommen ein bis zwei gehen das EM spielen und dann nicht da Vorbereitung und so weiter klar kann ich mich auch irren und wir spielen den Top Fußball den alle sehen wollen mir ist lieber dass die Ergebnisse stimmen das ist auch völlig fein wenn das für dich so ist für mich ist das nicht so aber gut jeder hat das Recht die Rückkehr abzufeiern wie er meint nur dann soll sich keiner beschweren wenn wir dann an einem Punkt sind wo wir vor zwei Jahren schon waren klar muss nicht kann aber eine Garantie hat man nie und am Ende müssen wir ihm eine Chance geben auch wenn ich glaube dass es wieder in die Hose geht ich also man sieht ja mein aktuelles mein aktueller Eindruck ist dass 80% gegen den Nagelsmann Verpflichtung sind und ja wenige dafür also ich sehe jetzt nicht wo hier irgendeiner ist der den Nagelsmann abfeiert ja ich habe die Vor und Nachteile aufgezählt aus meiner Sicht was jetzt nicht heißt dass ich den Nagelsmann abfeiere er steht ja auch noch lange nichts fest wenn dem so ist dann können wir das mal ein bisschen detaillierter betrachten aber was du schreibst von wegen nach zwei Jahren das kann auch mit jedem anderen Trainer passieren und ja wenn die Mannschaft so zusammenbleibt wie du sagst es schwer ist diese Spieler loszuwerden gehe ich 100% mit wenn man den Spielern aber klar mitteilt pass mal auf du spielst bei uns keine Rolle mehr du sitzt auf der Tribüne dann denke ich werden Spieler wie Goretzka Kemich Knabry Sané Kuman wie sie alle heißen auch auf Gehalt verzichten weil sie schon genug verdient haben und zum anderen Verein gehen wo sie vielleicht nicht so viel Gehalt bekommen aber dann spielen dürfen ich glaube nicht dass diese Spieler sich ein Jahr auf die Tribüne setzen um dann ablösefrei zu wechseln nehmen wir jetzt Kemich als Beispiel wo das der Fall wäre aber ich denke Kemich wirst du auch los werden wenn du los werden willst ja Möglichkeiten gibt es mit sicher man muss dann nur offen und ehrlich mit den Spielern umgehen wenn Jula Nagelsmann kommen sollte dann gute Nacht Marie der passt besser zum DFB momentan würde einen neuen Weg gehen sie dann und das Ribery als Co-Trainer wäre nice habe ich meiner Meinung schon zu gesagt sage ich jetzt nicht nochmal Adrian wäre ich irgendwie kein Freund von der Rückkehr er würde bestimmt auf die alten Spieler setzen ich stehe allem positiv gegenüber außer stell dir vor er klappt nicht und dann muss ihn wieder rausschmeißen ja das kannst du nicht das ist ja das Risiko wovon ich rede den Move kannst du nicht bringen also dann ist verbrannte Erde aber über ganz München wenn du Nagelsmann zurückholst und ihn wieder nach einem Jahr nach anderthalb Jahren rauswirfst dann bist du super unglaubwürdig als Verein das ist natürlich das große große Risiko was du eingehst wenn du wirklich einen Nagelsmann zurückholst deswegen sind wir dann wieder bei dem Move wo wir gerade waren dass ich gesagt habe der Verein hat viel viel mehr zu verlieren als ein Nagelsmann Daniel du bist eine Alternative warum sollte Julian Nagelsmann Bayern Trainer sein wollen um sich von YouTubern kritisieren zu lassen die es besser wissen Nagelsmann kann mit dem DFB erfolgreich sein soll einer von YouTubern noch Trainer werden dann könnt ihr allen zeigen wie man das richtig macht ja Daniel mach ich mein Thema kannst mich gerne einstellen zeige ich dir das mal ähm ach komm weißt du was tschüssi habe ich keinen Bock mehr auf die ich habe das jetzt ein Jahr durchgezogen mich immer wieder auf diese dummen Kommentare einzulassen und dann noch zu argumentieren den Leuten das fünfmal zu erklären wie das hier vonstatten geht habe ich keinen Bock mehr darauf ich blende jetzt diese Spacken aus diskutiert da nicht ich rieche mich auch nicht mehr auf Leute auch nicht bei ihr bei der Spielanalyse und sowas wenn da Leute sind die nur einmal hier reingucken keine Ahnung von dem Kanal hier haben ich blende sie aus ist mega ich habe keinen Bock mehr diesen Leuten das 500 mal wieder zu kauen wie das hier gemeint ist und wenn das einer einfach nicht rafft wenn er hier nur einmal reinguckt sich fünf Minuten reinzieht und dann so ein Kommentar verfasst ja dann verpisst dich von dem Kanal dann lege ich auch keinen Wert auf dich vincent wundervoll analysiert deswegen und dafür liebe ich deinen Kanal deinen Inhalt und dich vielen lieben Dank wies du doch nicht wies du doch nicht vincent leipzig ein großer Fan von Nagelsmann und würde mich freuen ihn wieder bei uns zu sehen keine Ahnung ob er sich das nochmal antut und Bayern als Verein macht sich dann endgültig zum Obst ich hoffe dass Eberl aufräumt bevor er ein besseres Angebot bekommt ja bevor Eberl ein besseres Angebot bekommt oder Club Music echt schwer es gibt auch wenig Alternativen ich hoffe nur dass es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und man ihn dann auch in Ruhe arbeiten lässt und ihn unterstützt und ihm die Zeit gibt was zu entwickeln ja das ist wichtig natürlich geh ich 100% mit wenn man ihn zurückholen sollte muss man ihm die Zeit geben den Rückhalt geben und auch wir als Fans müssen ihm die Zeit geben gar keine Frage Gerard ich habe es gestern schon in deinem Talk gesagt man muss auch die Hintergründe sehen warum man so eine schwache Rückphase gespielt hat 2023 bis zum Leverkusen Spiel in der Mannschaft waren nur Verlierer alle Spiele haben die WM versorgt die deutschen Spieler noch mehr als die anderen und die Franzosen mit ihrem zweiten Platz waren die ersten Verlierer und unsere Mannschaft war nicht die einzige in Europa die Mühe hatte mit ihren Nationalspielern unsere Spieler waren in einem Loch mit dem Kopf null Motivation plus kein Spielglück in gewissen Spielen nur die Champions League hat sie aufwachen lassen dabei haben wir vor der WM Pause richtig guten Fußball gespielt ich bin mir 100% sicher dass wir ohne diese blöde WM in Katar am Ende der Saison 20 Punkte Vorsprung auf den zweiten gehabt hätten und von was im DFB Pokal oder der Champions League möglich gewesen wäre rede ich nicht einmal da sind wir wieder an dem Punkt hätte die Fahrradkette allerdings muss ich auch klar sagen dafür ist ein Trainer aber auch da also wenn die Spieler unmotiviert von der WM zurückkommen und sowas dann ist das natürlich in Trainerverantwortung die Spieler wieder auf dem Vereinsfußball zu fokussieren und so weiter das hat anscheinend nicht geklappt ich meine das hat beim Tuchel ja bis jetzt noch nicht geklappt das zeigen wir nur in der Champions League unsere Leistungen also von daher ist vielleicht ein Take ich habe es damals nicht gelten lassen wenn ihr euch daran erinnert diese Ausrede mit Katar aber ja da sind natürlich die Spieler dann in der Pflicht und vielleicht sollte der Verein sich dann auch mal ein bisschen was anderes überlegen als da dann nur den Trainer hinzustellen der für alles da gerade stehen muss also da hätten dann auch mal nochmal da sind wir aber wieder bei der Sache Braco und Olli da hätten klare Statements von zur einen Seite kommen müssen in Richtung der Spieler und das ist nicht passiert Thomas ich finde es nicht schlecht er hat mit Sicherheit dazugelernt und würde vieles anders machen das weiß ich noch niemals ob er vieles anders machen würde aber es müssen natürlich zwei bis drei Spieler gehen unter Julian ich denke er hat auch aus seiner ersten Zeit viel gelernt und wird die Fehler korrigieren unterm Strich ist er ein super junger Trainer und wird seinen Weg beim FC Bayern gehen es wird auch wieder Zeit dass wir Spieler verpflichten die Brennen für uns zu spielen und aus dem Campus dürften auch mal wieder gerne ein bis zwei den Sprung schaffen Ricardo nein es würde keinen Sinn machen auch weil er bereits gescheitert ist und der FC Bayern sich Fehler eingestehen würde es macht doch keinen Sinn wenn sich ein Eberl hinstellt und sagt das ist der Trainer für die nächsten Jahre Fußball ist ein Tagesgeschäft und wenn die Ergebnisse nicht kommen dann bist du weg bei Bayern noch dreimal schneller als sonst wo habe ich ja gerade schon was zu gesagt wie ich das sehe der Romero Nagelsmann hatte Probleme mit einigen Spielern seine Freundin ist die gleiche und in Sachen Geheimnis Verrat gab es immer Spekulationen meiner Meinung nach ist er der Falsche die Spieler haben ihn schon mal abgesägt ja richtig deswegen musst du die Spieler absägen die damals den Nagelsmann abgesägt haben wenn du den Nagelsmann verpflichten möchtest ja gehe ich 100% mit das ist vollkommen richtig ich hatte den Nagelsmann für einen sehr guten Trainer seinen Rausschmiss fand ich völlig daneben man hat damals einen jungen Trainer eingestellt und hätte klar kommunizieren müssen dass der Trainer das Sagen hat vollkommen richtig da hat das Management total versagt da hat das Management total versagt ich glaube auch nicht dass Kimmich pro Nagelsmann war ganz im Gegenteil das gleiche Problem hatte dann Tuche Spieler die auf den Trainer keine Lust hatten und gegen ihn gespielt haben und der Verein hat sich das zweimal gefallen lassen würde Nagelsmann seine Familie nicht in München wohnen würde er wohl nicht zu Bayern gehen aber er hat ja gesagt dass er gerne wieder die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft hätte und dass ihm seine Familie wichtig ist von daher bleibt fast nur DFB oder Bayern ich glaube das Management hat aus den letzten Jahren gelernt ja es wird auch der BVB gehen ich hoffe es zumindest und mache eine klare Ansage an die Spieler das ist der Trainer wer nicht unter ihm spielen will kann sich einen anderen Arbeitgeber suchen egal wie der Spieler heißt ja richtig das hätte man aber schon tun müssen wo Nagelsmann damals gekommen ist und wo diese ersten Diskussionen aufkamen mit dem Mannschaftsrat dass er da irgendwelche taktischen Maßnahmen absegnen lassen muss und so weiter mal sehen ob Neuer und Kimmich wirklich umziehen wollen ein Problem könnten auch die Entscheidung Nagelsmann während der EM und das Abschneiden der Nationalmannschaft bei der EM sein nee das sehe ich eigentlich nicht als Problem wenn man Goretzka nur jetzt das Beispiel Goretzka wenn man Goretzka nicht für gut genug befindet für die deutsche Nationalmannschaft bei der EM zu spielen dann denke ich wird man ihn auch nicht gut genug befinden für den FC Bayern zu spielen ganz einfache Kiste Viktor Nagelsmann wurde jetzt wieder hochgejubelt durch die beiden Siege gegen Frankreich und Niederlande wenn du aber nicht der Erfolg auf Julian Nagelsmann zu führen ist sondern auf andere Zugpferde was dann seit der Aufstellung Havertz linker verteidiger sehe ich schwarz für die zu trainierenden Mannschaften von Julian Nagelsmann das würde sich dann zeigen wenn es so kommen würde Christian aus Bayern Sicht schon sonst ist ja niemand mehr übrig alle anderen sind nicht interessant oder haben schon abgewinnt um sich Nagelsmann die Schlangengrube ein zweites Mal antut bleibt ein Rätsel es ist doch noch nicht mal safe dass er sich das antut was ist denn los mit euch und so passt das zusammen ein Trainer ohne gute Angebote übernimmt ein Verein für den sich kein anderer Trainer findet er kann verlangen was er will und Bayern wird das tun müssen um nicht ohne Trainer dastehen und sich zu qualmieren ja na klar weil wir gar keinen anderen Trainer finden das ist doch dummes Zeug also sorry genau Lucien Favio frei Alex Fime natürlich gibt es Nachteile er wird ständig mit seinen Bayern-Vergangenheit verglichen werden weiß ich nicht habe ich gerade auch schon ein bisschen was zu gesagt das kommt darauf an wie man damit umgeht von Vereinsseite natürlich in erster Linie guckt euch Nagelsmann wäre nicht der erste Trainer der zum zweiten Mal bei diesem Verein ist das sollte man mal nicht vergessen doch beim ersten Mal nicht geklappt wieso jetzt beim zweiten Thomas ja werden sehen User Titel werden mit einer sehr guten Defensive gewonnen nicht mit Hurra-Fußball a la Julian Nagelsmann ja ganz genau Peter Waldbauer die Kontinuität ist gut für Nagelsmann nicht für den Verein wenn er kommt und die ersten fünf Spiele verliert oder zehn Spiele nicht gewinnt kann man ihn nicht nicht entlassen da man sonst wieder eine Saison kriegt wie unter Tuchel bei einem anderen Trainer ginge das wenn es nicht läuft man wird eine Art Übergangstrainer holen und dann Klopp überreden dass er nach einem Jahr Pause übernimmt wir werden sehen Rainifisch Frischi Hallo ich finde deine Reaktion auf die Entlassung von Nagelsmann perfekt und du hast alles auf den Tisch gebracht klar im Nachhinein kann perspektivisch sagen dass die Entlassung ein Fehler war die Neueinstellung macht nur dann Sinn wenn man komplett jeden im Team hinterfragt und einen Neuanfang zu starten aber der kurzfristige Erfolg muss dem langfristigen weichen nur dann macht es Sinn Banja was los mit dir und Mara macht ihr ein Pause vom Folterkeller des Schmerzes Videoflut ich hoffe trotzdem auf einen anderen Trainer bei einem Punktverlust gehen die ganzen Storys los war klar oder warum hat er zugesagt bla bla ich glaube das wird echt hart außer die Ergebnisse und Spielweise stimmen gut das würde ja für mich bedeuten bitte holt den Jona Nagelsmann das heißt mein Kanal wird weiter wachsen dann ist ja immer was los dann gibt es immer was zu diskutieren wenn da die ganzen Idioten dann schreiben ja wo ihr klar ist mit Nagelsmann das Spiel verloren die Mannschaft spielt gegen den Jona Nagelsmann wild wie gesagt ich habe mir da noch keine richtig gute Meinung gebildet ich sehe das jetzt aber nicht irgendwie schwarz ich sehe das jetzt aber auch nicht super hurra mäßig dass er jetzt der Messias wäre es gibt ein paar Punkte die für ihn sprechen wie ich in dem Video gesagt habe es gibt aber auch ein paar Punkte die gegen ihn sprechen zumindest mit dem selben Kader nochmal wir müssen wenn Nagelsmann kommt aber auch wenn jeder andere Trainer kommt wir müssen endlich Nägel mit Köpfe machen und diesen Kader umstrukturieren Punkt und Folterkeller Pause ja zwischendurch mal ganz kurz weißt du kurz Video aufgenommen und dann wieder rein Miele Beats Nagelsmann hatte unter Kahn und Braco keine faire Chance bekommen man muss ihm Zeit geben er ist jung aber hat auf jeden Fall große Potenzial bei uns erfolgreich zu sein da ist er wieder Emery ein Freund von dir der Martin Michael Heimann die Entscheidung wird sicher vor der EM getroffen wo er hingeht das könnte Einfluss auf die EM haben ein Turnier ist was anderes als zwei Testspiele die Gegner ab 8. Finale werden schon schwer werden man muss ja erstmal ins 8. Finale kommen Leute was ist wenn die EM nicht gut wird ich glaube nicht dass alle Spieler bei Bayern erfreut sind wenn er wiederkommt ist ein hohes Risiko natürlich sind da nicht alle Spieler erfreut das ist doch völlig klar so Nochmal zum zehnten Mal in diesem Video es macht nur Sinn Nagelsmann zurückzuhören wenn man dann auch wirklich einen Umbruch durchballert Frederico Ich glaube dass ein Nachteil sein kann dass einige Spieler im Gegenteil jetzt nicht verkauft werden wollen weil die schon unter Nagelsmann gespielt haben und den Platz sicher hatten Die Spielqualität kann eigentlich nur besser werden ich freue mich schon auf ein System mit einem eingespielten Kellen der Typ hat 39 Buden gemacht und zwar ohne System Yes Ohne System und ohne Mannschaft die für ihn spielt Das schon wild Ja stimme ich auch zu Da muss man aber klar kommunizieren mit diesen Spielern Das hat ein Eberl ja schon gesagt und ich glaube das ist auch unabhängig vom Nagelsmann Aber es wäre natürlich schon interessant aber es wird so oder so interessant für uns zu sehen an welchen Spielern festgehalten wird und an welchen Spielern nicht Beer Den Belly Beer Den Belly Keine Ahnung So wie der vom Hof gejagt wurde wäre eine Rückkehr grotesk Chris What will happen if he fails again to the club and to himself He had problems with some players and they will come back like in a bad relationship and I am with you there is no real alternative Ja Wie ich schon sagte Wenn Nagelsmann zurückkommt musst du die Spieler die damals gegen ihn geschasst haben knallhart außer dem Anders wird es nicht funktionieren Norsex Hab am Anfang gelesen Neuer wird Bayern Trainer Der Manu oder was oder meinst du Neuro CB bin ich absolut deiner Meinung Ich war damals auch dafür dass er gehen muss weil das Spiel nach Leverkusen einfach nicht gut war Wir waren aber allerdings noch in allen drei Wettbewerben drin und unser Vorstand hätte wenigstens nach dem Champions League Viertelfinale warten müssen oder nach dem Pokalspiel und dann gehandelt Alles war viel zu voreitig gehandelt worden und hätte er eine richtige Nummer 9 gehabt wäre alles besser gelaufen das ist meine Meinung Er hat sich einfach seine Chance bei uns bei uns besser zu machen absolut verdient und er wird es auch besser machen davon bin ich felsenfest überzeugt rotweise Grüße gehen raus CB das große Thema war damals Tuchel Ich glaube deswegen gab es diesen Schnellschuss und diese nicht vorhandene Chance für Julian weil ich kann mich noch daran erinnern dass dann die ersten Gerüchte aufkamen ach Tuchel will da unterschreiben will da unterschreiben und ich glaube deswegen hat man diesen Schnellschuss dann gemacht schnell bevor der Tuchel woanders hingeht und wir dann keine Alternative mehr haben dass es im Nachhinein ein riesengroßer Grützenfehler war sind wir uns alle einig aber im Nachhinein weiß man es immer besser aber ich glaube das war das Thema ne leider Jens Mayer April April oder wie yo Modlof also aktuell mit sofortiger Wirkung wäre ich vielleicht bei Nagelsmann aber was ist wenn er wenn der die EM verzockt ich glaube generell nicht daran dass er noch vor der EM irgendwo einen Vertrag bekommt wenn die noch die Champions League gewinnen und Vizemeister werden sollte er Tuchel noch eine Chance bekommen bin nach wie vor noch fest davon überzeugt dass die schwache Saison keine Schuld vom Trainer ist nein Tuchel sollte keine Chance bekommen aber so gar keine Chance das hat nochmal was damit zu tun dass er ein guter Trainer ist oder kein guter Trainer ist dass er nicht mit gewissen Spielern kann es hat einfach damit zu tun dass er absolut null zu der Philosophie dieses Vereins passt die der Verein in den kommenden Jahren gehen will ja und ich glaube das war auch das das große Missverständnis generell mit Tuchel beziehungsweise wurden ihm wahrscheinlich unter Braco und Oli andere Dinge versprochen wie es dann der Stand war wo die weg waren ja ich glaube das ist so das große Problem wenn man es auf einen Satz runterbrechen möchte zwischen Tuchel und Bayern I am Frankie den von dir angesprochenen Vorteil finde ich sogar am wichtigsten so wäre quasi sicher dass er Trainer bleibt die Spieler wissen dass Nagelsmann bleibt haben keine Chance sich beim Management auszuhören oder rumzustängern ja wenn man die Spieler überhaupt behalten würde und welcher Co-Trainer ähm das kommt doch auf den Jula Nagelsmann drauf an oder nicht auf uns oder auf den Verein Andi Andi Ohir Andi ich würde es an seiner an seiner Stelle nicht machen der Verein hatte die Chance und hat sie einfach verschenkt man hat ihn schließlich auf die nicht ganz nette Art geschasst es gibt sicherlich viele andere Top-Vereine die einen Nagelsmann einsetzen wollen wenn Bayern schon einen ehemaligen Trainer wieder verpflichten will warum dann nicht Tuchel bis hierhin fand ich deinen Kommentar ja gut der letzte äh lässt mich jetzt nicht ausholen um da was so zu sagen 100% objektiv ja jetzt bin ich gespannt also wer 100% objektiv ist dann trinke ich noch einen Schluck die jüngste Saison von Leverkusen war ein außergewöhnlicher Erfolg der alle bisherigen Maßstäbe ertroffen hat besonders hervorzuheben ist die Trainingsmethode von Xabi Anonso die jedem Spieler im Team die Möglichkeit gibt sich zu beweisen selbst der zweite Torwart kam im Pokalspiel zum Einsatz was die bemerkenswerte Tiefe des Kalas unterstreicht er zeigt uns und den Spielern überzeugend dass jeder einzelne Spieler wichtig ist wenn man im Gegensatz dazu Bayern sieht wo Spieler monatelang auf der Bank sitzen und nur spielen können wenn sich jemand verletzt wird der Unterschied deutlich ich wünschte es gäbe mehr solche Trainer denn so baut man eine Mannschaft auf man gibt seinen Spielern das Gefühl wichtig zu sein und nicht der Lückenbücher okay bisher hat das hier wenig mit dem Video zu tun aber wir gehen mal weiter mir war auch klar dass Xabi auch in Zukunft niemals an Bayern gehen wird denn wir haben alle gesehen wie Bayern mit seinen Trainern umgeht wenn die eigenen Spielern wenn die eigenen Spieler nicht bringen wenn ein Spielers FC Bayern München weiß dass er seine Millionen auch dann erhält wenn er unterdurchschnittlich spielt warum sollte er sich dann Sorgen machen ein Beispiel ist Manuel Neuer er verletzte sich schwer und verstieß eindeutig gegen seinen Vertrag an Aktivitäten teilzunehmen die seine Gesundheit gefährden obwohl im Vertrag eine millionenschwere Vertragsstapel vorgesehen ist musste er nicht zahlen und befürchten und es hat den für ein Million gekostet um Jan Sommer vom Borussia Mönchenglapper zu verpflichten das fördert keinen starken Willen wenn man weiß dass mein Verhalten keine Konsequenzen hat was bei Leverkusen passiert ist beispiellos und unglaublich schön dabei sein zu dürfen hoch lebe Leverkusen gerne möchte ich betonen dass es wichtig ist auch als Bayern-Fan eine objektive Perspektive zu bewahren und nicht voreingenommen zu sein wenn ein anderes Team besser spielt als Bayern München sollte man dies anerkennen und respektieren können allerdings ist es fraglich ob es sinnvoll ist Julian Nagelsmann als Trainer zurückzuholen er trägt eine gewisse Verantwortung für den aktuellen Zustand von Bayern München und Budubu Urlaub weil er seinen lang angekündigten Ski 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 Urlaub nicht verschoben hat aus meiner Sicht wäre es nicht ratsam dass er nach Bayern zurückkehrt und nein das ist kein Glück dass Leverkusen in den letzten Minuten regelmäßig to... Alter ähm ja super du kannst sehr froh sein dass ich den ganzen deine ganze Lobeshymne auf Leverkusen hier vorgelesen habe hättest du sie doch unter dem Glückwunsch Video für Leverkusen schien mir als gut gewesen dein anderthalb Sätze hier zum Thema Nagelsmann der Rest ist leider völlig am Thema vorbei äh Travel ich denke es ist sehr wahrscheinlich dass Nagelsmann nach der EM zu einem Verein wechselt bei der Nationalmannschaft ist dann zwei Jahre quasi Pause er wird da glaube ich lieber aktiv bei einem Verein bleiben ob es Bayern wird ist nicht unwahrscheinlich aber ich denke dass eventuell auch andere Vereine interessiert an ihm und er an ihn ist ja mit Sicherheit Maggi obwohl da gehen die Meinungen ja hier auch auseinander war der eine sagt der Nagelsmann hat gar keine Angebote der FC Bayern findet gar keinen anderen Trainer deswegen Nagelsmann gibt es ja auch ganz ganz äh wilde Meinungen von Bissal Maggi mehr Sinn als Tuchel auf jeden Fall aber es hat einen faden Beigeschmack und jetzt ist der Verein sozusagen auch gezwungen dazu ihn arbeiten zu lassen und ihm Zeit zu geben denn sollte es in ein paar Monaten wieder solche schwankenden Leistungen auf den Platz geben wird man sehen ob die angeblich neue Führung dann auch so ungeduldig ist und den Nagelsmann direkt wieder freisteht oder es durchgezogen wird auch wenn man dadurch Titel verspielen würde ähm also erstmal ja ist natürlich ein Thema habe ich ja auch gesagt jeder der aber auch einen E-Ball verfolgt hat bei seinen vorigen Stationen weiß eigentlich auch dass das kein Sportdirektor ist oder Sportvorstand ist der ähm nur weil man eine schwäche Phase da ist gleich irgendwie den Trainer freistellt natürlich kann man jetzt Gladbach nicht unbedingt mit Bayern vergleichen und natürlich muss man habe ich ja auch schon gesagt auch wir Fans müssen dann auch eventuell ein bisschen Geduld aufbringen ja das hat aber jetzt nichts mit dem Nagelsmann zu tun mit jedem neuen Trainer ich denke jeder neue Trainer wird wahrscheinlich auch mehr Eingewöhnungszeit brauchen wie es den Nagelsmann braucht ja das wäre also nochmal ein Pluspunkt für Newle Mr. Dragon Knight schöner Gedanke ihm dann einfach zwei Jahre Zeit zu geben aber denkst du wirklich dass ihm die Fans zwei Jahre Zeit geben würden wenn es in der ersten Saison nicht läuft und die Bayern wieder mit dem Titel nichts zu tun haben ich gehe fest davon aus dass wir nicht unbedingt nächste Saison marschieren werden zumindest nicht wenn wir den Umbruch wirklich durchziehen sollen und ich denke wie gerade schon das Argument wenn dann hätte der Nagelsmann da eher einen Vorteil wie einen Nachteil weil er den Rest des Kaders halt schon sehr gut kennt für ihn Vorteil für die Mannschaft vielleicht ein Nachteil I don't know das würde man dann sehen wenn es denn so kommen sollte kann man ist aber natürlich ein Argument kann ich mir nicht vorstellen das klappt schon in anderen Vereinen nicht und schon gar nicht bei einem so großen Verein wie Bayern München und wenn er dann wieder nach einem halben Jahr drei Vierteljahr gehen muss kann man ihn ja nirgendwo anders mehr ernst nehmen nee das sehe ich komplett anders dann kannst du den FC Bayern nicht mehr ernst nehmen dann solltest du dich als Trainer fragen nee da lasse ich besser sein ich glaube nicht dass ein Nagelsmann dann da unbedingt Schaden von tragen will genau wie es ein Tuchel jetzt nicht tut es sei denn er verkackt der CEM vollkommen mit dem Vorrunden aus kommt dann zum FC Bayern verliert von den ersten 15 Spielen sieben ja dann vielleicht dann gebe ich dir recht wenn man ihn dann rauswerfen würde ja aber das nochmal das wäre das wäre richtig wild aber das sollte man und so für so schlau halte ich die Verantwortlichen bei uns und auch in Eberl dass sie wissen wenn sie sich auf den Nagelsmann einlassen dass das keine Option ist bin gespannt ob er das Risiko eingeht würde mir wünschen dass es klappt aber habe aber starke Zweifel Oma mit nein zu Nagelsmann Bayern hat unter ihm schlecht gespielt da kommt mir ein Gedanke warum nicht auch Süde zurückholen dann bekäme man billig den bekäme man billig und Nagelsmann hatte wieder seinen lieblings falsch schnellen rechtserteiliger schienenspieler für die Außenbahn seiner Dreierkette ich fand den Süde jetzt nicht so schlecht bei uns ehrlich gesagt habe ich aber auch schon in den Streams gesagt Nordisch wahrscheinlich unter den möglichen Kandidaten eine der besten Optionen aber ja er müsste sein Konzept durchsetzen und noch Leistungsprinzip aufstellen wenn er dann aber wieder Kimmich und Gretzka ins Mittelfeld stellt falle ich komplett vom Glauben ab ja sollten und das passieren sollte MeToo ja 100% der Kommentar was machen die Bayern denn wenn Nagelsmann absagt wird das dann eine B oder C Lösung auf Krampf meine persönliche Meinung Übergangslösung für ein Jahr dann Klopp holen ja ist mit Sicherheit ein Gedanken wert Christina einerseits gut wenn er zurückkommt da er die Spieler und so weiter kennt andererseits weiß ich nicht ob der Umbruch so groß ausfallen würde da Spieler wie Kimmich Gretzka Sande Knabe ETC vermutlich bleiben werden ähm nochmal ich verstehe den Tag Gretzka da auch nicht wie bei den vorigen schon ähm ich glaube nicht dass der Gretzka gerade irgendwie großer Nagelsmann Fan ist nur so ein Gedanke Ruppaduki riskant wenn Nagelsmann zurückkommt und nicht sofort Erfolg bringt was macht man dann ihm Zeit geben Emmeri Jibbi wuuu war der überhaupt schon mal Thema bei uns so in der Öffentlichkeit und so vielleicht kommt der einfach Gibbi vielleicht ist das der Take und der Eber haut raus am 29.4 zack der neue Trainer steht fest es ist Emmeri und wenn du dann keinen Orgasmus kriegst Gibbi weiß ich es auch nicht Codeflyer warum sollte Nagelsmann sich das nochmal antun warum sollte er sich das nicht nochmal antun Michael bloß nicht Ten Haag unsympathisch und weswegen genau hat er sich für Bayern empfohlen er war schon bei uns Trainer ok nicht in der ersten Mannschaft Zeit bei Ajax El Mariachi Alternative ist doch Hansi Flick ich scroll direkt weiter sorry nein mache ich natürlich nicht Alternative ist doch Hansi Flick verstehe die Diskussion nicht Hansi Flick ist der erfolgreichste Trainer der Bayern Geschichte nein ist er nicht womit über Flick nicht gesprochen Nagelsmann ist viel zu jung für Bayern als Trainer Bayern München braucht eine Art Vaterfigur als Trainer kein Jungspund wie Nagelsmann der aussieht wie ein Student ok die Meinung kannst du natürlich haben Flick ist natürlich nicht der erfolgreichste Trainer der Bayern Geschichte das ist völliger Dummfick was du schreibst ja er hat den größten Erfolg in einer Saison gefeiert das war es aber auch Hansi Flick wäre es Snackmonster Justus Nagelsmann hat natürlich auch eine sehr gute Verhandlungsposition er kann klar fordern wer den Kader zusammenstellt wer für was zuständig ist und auch eine lange Laufzeit fordern wobei alle diese Punkte auch für den Verein förderlich wären man kommuniziert klar das ist unser Trainer für die nächsten 5 Jahre der entwickelt ein Spielsystem und sagt wer wo spielt das kann auch einige Zeit dauern bis das alles funktioniert ist aber egal am Ende wird alles gut wenn man das tun würde ja 100% true aber das hätte man ja auch schon beim letzten Mal machen können hat man ja leider nicht ja ganz klar Justus man müsste das jetzt so tun und dann glaube ich auch dass das gut werden könnte NBA Sam er Hansi Flick statt Nagelsmann der Kader unter Nagelsmann hatte eine deutlich höhere Qualität als der jetzige meiner Meinung nach sollte Nagelsmann sich erst beweisen bevor er den FCB übernimmt ein Trainer der auf einen Stürmer verzichtet und auf Nachschuss Tore spekuliert ist eindeutig überfordert okay wild Michael Krier Nagelsmann ist Bundestrainer und macht da gerade guten Job wieder typisch Bayern mir stellen sich über Deutschland du kleiner Pisser Alter hier lese ich gar nicht weiter deinen super dummen egoistischen Kack Kommentar ich hatte echt vor mich heute nicht aufzuregen weil das ist die größte Frechheit die man schreiben kann du dummer Spast Alter Junge ey setze ich nur mal so viel damit auseinander was der FC Bayern für den DFB getan hat Junge und dann überlege mal deinen dummen Kommentar den du dir gerade reingeschrieben hast sorry da kann ich dich einfach nur beleidigen Alter Junge es ist mir noch nicht mal wert dir zu erklären warum das völliger Schwachsinn ist Junge Alter wie kann man so unwissend hohl in der Birne sein und dann auf dem Bayern Kanal so einen Kommentar zu schreiben Alter meine Fresse ey Kicklack die Frage ist doch ob sich überhaupt jemand findet für diese Mannschaft dass Nagelsmann bei Bayern nicht funktioniert ist aber schon hinreichend bewiesen ich würde Lothar Matthäus und Didi einmal als Trainerteam holen Jörg ich finde das gut wenn Julian wieder kommt Joe Heikes wurde beim ersten Mal bei Bayern auch gefeuert und hatte danach noch Riesenerfolge Nagelsmann fände ich eine sehr charmante Trainerlösung für Bayern Tiger Ich bin bei dir Nagelsmann Raushof war ein Fehler vor allen Dingen wo wir noch in drei Wettbewerben waren das hätte er verdient gehabt zu Ende zu bringen die Spieler haben auch schon gegen andere Trainer gearbeitet vor Nagelsmann und auch bei Tuchel somit liegt es meiner Ansicht nach mehr an gewissen Spielern wenn das nun umgebaut wird und der neue Vorstand hinter dem Trainer steht und es nicht am Tegernsee entschieden wird kann es klappen und man dazu kommt Nagelsmann ist ein Turnier älter und hat mehr Erfahrung kann ich jetzt nicht groß widersprechen Grade 1 wenn er nach einem Jahr nicht funktioniert könnte man ja dann Klopp oder Pip holen die dann wahrscheinlich frei wären man braucht jetzt halt entweder einen Trainer der mit der Mannschaft zurecht kommt oder man muss auch die Mannschaft komplett umbauen wie die Nationalmannschaft ja er kann ja dann auch ein paar Spieler mitbringen wie Mittelstedt Groß und Wirtz und so Groß was will der bei uns soll er mit dem Rollator dann über ein Feld rennen oder was Pep wird mit Sicherheit erstmal Pause machen wenn er irgendwann bei Menschen ist dass die aufhören sollte bin ich mir relativ sicher und ob Klopp überhaupt noch Bock hat sich den Stress des Vereinstrainers wieder anzutun nachdem man ja Pause hat wird man auch erstmal abwarten müssen kennst du doch für mich ist Nagelsmann ein Top Trainer unsere Vereinsführung soll ihm mal Zeit geben und mit ihm im Kader aufräumen er soll sich einen Kader basteln und wenn wir eine Saison nochmal keine Titel holen dann ist es so schaut mal Klopp bei Liverpool zum Beispiel wie viel Zeit er bekommen hat und Uli Hoeneß hat für meinen Geschmack immer noch zu viel die Finger im Spiel er soll sich mal zur Ruhe setzen und den Eberl machen lassen Joa Leander immerhin hat er auch eine richtige Spielidee das hat er auf jeden Fall Andreas Fogg Nagelsmann gehe ich voll mit mag ihn und er ist der Richtige wenn man ihm den Rücken frei hält ja und vor allem den Rücken stärkt Blue Eyes Dragon für mich wäre Nagelsmann der bestmögliche Trainer wenn der FC Bayern eine komplett neue Mannschaft von Grund auf aufbauen möchte und bereit wäre nötigenfalls auf kurzfristige Erfolge zu erzielen zu verzichten meinst du oder was ansonsten wäre Tuchel schon der richtige Trainer gewesen aber dafür fehlt der Bayern-Führung und der John Nalia der nötige Waldblick nee Tuchel wäre nicht der richtige Trainer gewesen weil man eine andere Philosophie im Verein fahren möchte wo Tuchel einfach nicht der richtige Trainer für ist Punkt das kann man sehr groß weit aus diskutieren ausführen was ich mir hier schenke habe ich auf diesem Kanal schon hunderttausend mal gemacht ja John Bain Egal wer kommt alles besser als der Weltstar Tuchel Chico ich mag dich nicht ich empfinde Liebesgefühle für dich was du für unseren Verein tust ist mir egal wie ihr YouTuber das interpretiert bist für mich ein guter Mann mit Ausstrahlung Fan und eigener Meinung ich sehe dich als absoluten Teil meiner Liebe zu unserem FCB Alter Chico was ist los mit dir ich höre zu solange du Spaß hast machst du das brauchst den Stress nicht verstehe ich hast deinen Job und eigenes Leben mir wird unendlich viel fehlen wenn deine Kommentare nicht mehr sind ich sehe wie du dich ganz wenig mehr aufregst über Kommentare da natürlich dein Kanal extrem wächst kommen viele FCB Hate Kommentare wünsche dir und uns dass wir dich für immer behalten dass du bei diesem Wachstum in deinem Channel alles einordnen kannst du hast viele Mitfans die dich wirklich wertschätzen bleib gesund danke für deine Meinung Streitkultur und weiterhin alles Gute bei den Liegestützen liebe Grüße Amara Schwager und Familie Chico danke erstmal sagst du etwas wichtiges für mich ein zweimal bin froh wenn ich so einen Kommentar in 10 Jahren nicht mehr schreiben muss ja ist natürlich jetzt hier der völlig falsche Rahmen und ich werde mit Sicherheit auch die völlig falschen Leute damit ansprechen weil ganz ganz wenige Menschen oder Leute eigentlich nur diese ich kommentiere eure Kommentare Videos schauen aber ich gehe da trotzdem mal kurz drauf ein also erstmal natürlich vielen lieben Dank für die netten Worte Chico ich verstehe natürlich auch den Hintergedanken dabei warum du das schreibst in der heutigen Zeit ist es einfach so oder generell ist es ist ja immer so dass viele Menschen negative Kommentare viel viel mehr an sich heranlassen und die viel viel mehr im Kopf haben wie die große Masse die eher positiv oder neutral ist ja und so wirklich positive Kommentare jetzt so ausführlich wie es der Chico geschrieben hat sind halt auch eine Seltenheit ja wenn dann kriegst du halt mal so ja gut gemacht oder ich mag was du machst und so ich gehe da immer relativ schnell drüber hinweg merkt ihr auch weil jetzt hier in dem Video auch wo wenn da ein so ein Satz steht so du bist der Beste oder sowas das nehme ich oder lasse ich genauso wenig an mich ran wie irgendwas anderes ja wie du bist ein dummer fetter Sack oder sowas was ich ja auch schon mal hatte oder du bist ein Erfolgsfäng du hast keine Ahnung von Fußball hast du überhaupt schon mal jemals Fußball gespielt ähm das sind Sachen die mich äh ne Leute die verletzen mich nicht die kratzen nicht nicht mein Ego an das macht gar nichts mit mir ähm was mir auf auf Eier geht sind diese Kommentare weswegen ich letzte Zeit klipp und klar Klartext gesprochen habe wie jetzt auch hier dieser eine Kommentar ähm und ja das ist richtig da muss ich mir eine andere Art angewöhnen da bin ich bei ähm dass ich die einfach kommentarlos ausblende und mich gar nicht mehr darüber echauffiere aber irgendwo gehört es ja vielleicht auch ein Stück weit dazu ja ähm ich weiß worauf du anspielst auf das eine Kommentarvideo wo ich so unter Feuer war und ähm ja da kommen auch so Kommentare wie ja kannst du nicht machen äh kannst du nicht irgendwelche Leute beleidigen ähm da musst du dich nicht wundern wenn du Abonnenten verlierst und keine gewinnst ähm dann ist das so Punkt Leute es ist mir ähm wenn ich jetzt sage scheißegal ist es gelogen aber es ist mir für diese Leute egal ja ich meine wir haben hier eine Community aufgebaut ich kenne ganz ganz viele von euch äh was schon bei mir schon ein Wunder ist weil ich eigentlich super Probleme habe mit mir äh Namen zu merken aber natürlich durch die Kommentare dadurch dass ja einige von euch auch dann bei den Livestreams dabei sind auch wenn ich Manager zocke oder sowas ähm ähm weiß man ja schon oder kennt man schon so den Kern auch viele die halt nur Kommentare schreiben und nicht so in den Livestreams da sind kriegt man natürlich mit ähm und das ist völlig fein ja und natürlich freue ich mich über den Erfolg oder über das Wachsen dieses Kanals gar keine Frage ich sitze jetzt hier aber nicht und sage äh keine Ahnung ich muss nächstes Jahr 10.000 Abonnenten haben oder ich muss in zwei Jahren äh 15.000 haben oder das 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 äh das habe ich halt alles nicht ja ich freue mich riesig dass es so ist wie es ist ähm ich werde mich deswegen aber nicht ändern das wird einfach nicht passieren ja da könnt ihr euch auf den Kopf stellen äh da können sich viele Leute auf den Kopf stellen da können viele Leute das anders sehen ähm das wird nicht passieren ja und wenn ich halt mal einen scheiß Tag habe und dann an diesem Tag das ansteht dass ich ich muss ich kommentiere eure Kommentare Video machen muss dann seht ihr mich da sitzen wenn ich einen scheiß Tag habe und dann seht ihr meine Laune und müsst damit leben wie ich eure Kommentare beantworte ja es ist genauso wie bei den Fußballern ich bin Mensch ähm und ihr bekommt von mir die Seite die gerade da ist ja ich warte nicht darauf und sage jetzt ach nee heute kann ich kein Video aufnehmen heute habe ich schlechte Laune heute habe ich einen stressigen Tag auf der Arbeit gehabt heute habe ich was weiß ich irgendwas anderes ein Furzquersitzen oder sowas nee das geht mit nicht ja das bin ich Leute und wenn ich einen schlechten Tag habe und ich mache das Video dann bekommt ihr das wie ich bin wenn ich einen schlechten Tag habe ganz einfach ähm das wird sich auch nicht ändern deswegen weiß ich aber auch mich einzuordnen ja ich weiß dass ich schon am oberen Limit bin was mein Kanal anbelangt und das ist für mich völlig fein ja ich bin halt nicht dieser meinungslose 0815 Bayern Content machende Typ der der allen nach der Schnauze redet damit ja alle Bayern Fans was ja super viele Bayern Fans auf dieser Welt gibt alle Bayern Fans diesen Kanal mögen und klicken nee das ist mir egal Leute wenn ihr ein Bayern Fan seid der sich mit dem Fußball des FC Bayern nur beschäftigt und meint er muss hier einen dummen Kommentar reinschreiben wenn er wieder vor mir zusammengefallen ist Punkt fertig und wenn deswegen dann 50 Leute den Kanal hier deabonnieren dann ist das so Leute alles gut alles fein ähm nur um das nochmal kurz auszuführen ma ähm ich danke dir auf jeden Fall Chico für den Post ich weiß auch wie er gemeint ist ja aber ich bin Typ der der damit super umgehen kann auch wenn die Kommentare mich dann in dem Moment wie gerade der auch ähm dann super nerven weil die einfach super dumm sind wie der mit der Nationalmannschaft und Bayern ähm das ist dann aber wenn ich mit dem Video durch bin auch schon wieder vergessen für mich ja und das ist jetzt nichts was mich langzeitmäßig beschäftigt und irgendwelche Beleidigungen oder sowas oder negative Kommentare gegen meine Person das ist zum Beispiel ein Thema das interessiert mich null also das ist da kann da kann mich keiner verletzen Leute ich weiß wer ich bin ich ich hab genug Lebenserfahrung da kann hier jemand also damit kann man mich nicht treffen ja man kann mich mit mit ein paar Sachen treffen äh triggern ja das wisst ihr ja die im Livestream dabei sind ähm und das bekommen dann ja auch manche in den Kommentare ab aber mittlerweile ist es einfach am Punkt angelangt wo es reicht ja wo ich keinen Bock mehr habe jedes Mal und jedes Mal und zum 500. Mal den nächsten dummen Menschen zu erklären dass das hier nicht so ist wie er sich das gerade denkt weil er hier mal zwei Minuten reinklickt in das Video und meint ich muss einen dummen Kommentar schreiben da hab ich dann einfach nicht mehr die Lust zu ja und dann gibt es Kommentare die mich triggern und dann eskaliere ich kurz und dann ist das Thema durch ja aber ja ich geh damit ähm das Eskalieren kann ich mir in Zukunft schenken am besten einfach weiß ich nicht muss ich mir noch irgendeine irgendeine Phrase ausdenken oder ich nehm irgendeinen coolen Sound rein ähm was erlauben Struns oder sowas den spiel ich dann ab und äh dann dann gehe ich eben zum nächsten Kommentar über das wäre so wahrscheinlich das Beste ja da werde ich mir Gedanken zu machen und das in Zukunft dann auch versuchen anders zu handeln ja aber ansonsten ähm ja wird sich hier nichts ändern auch in Zukunft nicht ja und natürlich habe ich ähm vielleicht da nochmal ganz kurz zu ja es kann sein dass sich in Zukunft was ändert ähm was den Umfang anbelangt gerade das hier mit der Kommentare diese Geschichte ähm aktuell lässt mein Job mir einen gewissen Freiraum um gewisse Sachen machen zu können ne das kann sich aber natürlich in Zukunft ändern und dann wäre es natürlich super viel Zeit die von meiner Zeit zum Beispiel mit Mara zusammen abgehen würde und dann wäre es eine Geschichte wo ich überlegen würde ob ich das noch in diesem Umfang mache das sage ich offen und ehrlich weil ich mache das hier halt nicht vollzeitmäßig kann davon leben so dann wäre das natürlich eine andere Sache dann klar dann wird hier auch noch viel viel mehr kommen ähm aber dem ist halt nicht so aber aktuell ist da noch nichts irgendwie spruchreich oder spruchreif oder sonst was aber es wird hier immer die Spielanalyse geben das mache ich jetzt seit ich weiß nicht wie viel Jahren es war für 10 Leute jetzt sind es für ein paar Leute mehr äh das wird auch in Zukunft so sein da müsst ihr euch keine Sorgen machen so Banja die Spieler sind aber eigentlich nur Müller Neuer ich persönlich glaube dass ein Goretzka oder Kimmich noch nie bei Uli waren uh ne 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 das glaube ich nicht das glaube ich persönlich nicht ähm das muss noch nicht mal unbedingt von den Spielern ausgehen ja da würde ich dir sogar zustimmen dass das bei denen vielleicht nicht von den Spielern ausgeht ich glaube aber schon dass der Uli dann mal sagt so Männer jetzt kommt ihr mal vorbei und äh erstattet mir mal Rapport wie ihr das seht und so weiter das glaube ich schon ähm aber Thema Nagelsmann ja Kimmich Goretzka war ja die die Fraktion pro Nagelsmann ja nach der Entlassung hat man ja klar rausgehört äh Müller Neuer waren die die ihn eher abgesägt haben deswegen habe ich ja auch vorhin diesen diesen Take gebracht von wegen ähm ob die Verlängerungen dann so schlau waren aber das wäre eine interessante äh eine interessante Geschichte dann ich sage ja es wird nicht langweilig werden bei uns ja ja und ja und ja Mara Michaelis was spricht gegen Nagelsmann absolut gar nichts sein Rausfluss war damals ein Witz ich als Bayern-Fan würde mich richtig freuen wenn er die Chance nochmal bekommt und wenn es mal schlecht läuft ihn nicht sofort wieder zu feuern der Umbruch mit Nagelsmann wenn er die Zeit bekommt wird funktionieren Gruß Michael Patrick Ligey Julian kommt zurück wir brauchen dich aber da muss der Verein bedingungslos zu ihm stehen Max hat das auch schon angekündigt wir sind die Bayern und kommen wieder ja muss man 100% Mika Nagelsmann topfit nach Alonso alle anderen hätten wenig Sinn gemacht meiner Meinung nach Julian ist Bayern durch und durch mit Feuer und Leidenschaft hat jetzt ein kompetentes Team an seiner Seite und konnte aus seinen Fehlern lernen siehe Nationalmannschaft bin absolut Nagelsmann Fan freue mich sehr das ist ja noch nicht safe Leute was ist los mit euch es war doch nur auf die ganzen Gerüchte dieses Video da steht ja nicht Nagelsmann ist da wild Mr. Teen Reloaded Nagelsmann auf die 1 die Entlastung war damals eine Frechheit von den Herren ich kann nicht weiter hochscrollen als der letzte Kommentar ist Leute gut das waren eure Kommentare zum Thema Julian Nagelsmann ich muss sagen jetzt zum Ende hin ist es wahrscheinlich so bei 50-50 war so am Anfang war es schon stark so 80-20 gegen Nagelsmann zum Ende hin würde ich sagen so 50-50 ähm ich verstehe die 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 Takes gegen Nagelsmann zu gewissen Teilen ja den Take mit Leon verstehe ich zum Beispiel gar nicht oder diesen Take dass der Umbruch dann dann kleiner ausfällt ähm ja Goretzka Kimmich Sanik Nabry waren eher pro Nagelsmann wo er bei uns war was aber nicht heißt dass Nagelsmann pro Goretzka Kimmich und so weiter war ja das Problem war dass Nagelsmann ich meine wir haben jetzt den Tuchel gehört nehmt der Tuchel als äh Trainer Persönlichkeit der Mannschaften wie Paris Chelsea trainiert hat selbst der hat sich doch in die PK hingesetzt und hat gesagt ja jetzt erst jetzt kann ich frei so aufstellen wie ich das möchte weil ich nicht mehr auf irgendwelche Langzeitfolgen oder sonst was achten muss ähm und dann überlegt euch mal was der Nagelsmann hatte so ja dass diese Spieler Fan waren vom Nagelsmann völlig legitim aber das heißt noch lange nicht dass der Nagelsmann Fan dieser Spieler war oder sie gut fand für sein Konzept ähm er hatte halt wie bei den anderen Spielern einfach nicht den Rückhalt um sagen zu können jo alles klar ich äh setze ja jetzt einen Gravenberg ein ne weil ich den haben wollte den setze ich jetzt ein und der Rest ist mir egal anscheinend war das nicht möglich und da müssen wir dann hinkommen sollten wir den Nagelsmann zurückholen ne ähm ich denke wie ein Nagelsmann tickt gerade auf diese Spieler bezogen sieht man gerade bei der Nationalmannschaft warum sollte jetzt ein Nagelsmann zum FC Bayern kommen und sagen ja aber den Josch sehe ich eigentlich als Zentral-Mittelfeld-Spieler und ja der Leon ist bei mir natürlich 100% gesetzt das ist mein Mann in Zentral-Mittelfeld warum sollte er das tun wenn er es doch bei der Nationalmannschaft ähm nicht macht ja also deswegen diese Takes verstehe ich nicht ganz ähm und ich bleib dabei egal welcher Trainer kommt auch wenn es ein Nagelsmann ist oder nicht ist der Umbruch muss her das heißt wenn wir die Champions League gewinnen muss dieser Umbruch her der ist gerade für die Spieler über die wir reden genauso wichtig wie den wie für den Verein die brauchen einfach auch eine neue Herausforderung in der anderen Liga wo sie nochmal anderen Ehrgeiz haben um was zu gewinnen und wir brauchen endlich wieder Spieler die den Ehrgeiz haben auch in der Bundesliga und im DFB-Pokal liefern zu wollen ja und ob es ein Nagelsmann wird Leute lassen wir uns überraschen meine Meinung ist da relativ neutral aktuell noch ähm ich habe die Pros und Contras mal aufgezählt die ich so persönlich sehe ähm und ich werde ein bisschen weiter ins Detail gehen wenn denn irgendwas feststehen sollte in diesem Sinne Leute rot-weiße Grüße gehen raus vielen Dank für eure reichlichen Kommentare hier unter dem Video und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support vielen lieben Dank dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt vielen lieben Dank für euren Support wie immer lasst gerne einen Daumen da ich freue mich auch über jeden Kommentar der geschrieben wird und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt äh zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainer Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister Was das allerwichtigste ist weil wir wissen dass er ein guter Kerl ist Ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft also ich fand das es hat Spaß gemacht zu coachen Ein Trainer nicht ein Idiot Ein Trainer sei was passiert im Platz Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach geiler Satz Magic und index rumors sind die 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 Vielen Dank.